Willkommen, Freunde, zurück bei Red Dead Redemption 2. Das hier hatten wir zwar schon gemacht, aber da ich nicht genau weiß, äh, er ist ja, hier ist der Spieler beim Smyr irgendwo abgestürzt, als wir auf dem Rückweg waren. Mein Mann ist nicht kalt in der Erde und du kommst hier zurück. Archie, ich habe fast verholt, was mir geholfen war. Dein Mann wusste die Regeln, wenn er das Geld genommen hat. Jetzt bin ich wirklich entschuldigt, wie es sich umgekehrt hat. Aber er hatte eine Wahl. Es ist mir egal, wie der Welt ist. Er hat keine Wahl. Er war gut, und er hat gut gemacht. Es gab keine Wahl in das. Und du bist als gut als du ihn selbst verholt hast. Und nicht schuldig dich, du hast eine Wahl. Du sprichst, als ob es zu töten war, was ich für mich interessiert. Wenn du immer über Eternity fragst, du solltest. Ich hoffe, es ist hart und schrecklich, Mrs. Downs. Otherwise, ich fühle mich, ich habe eine falsche Behandlung verholt. Now, bitte, gib mir das Geld. Ich habe keine falsche Behandlung verholt. Das ist cleanliness. Ich werde mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Ich werde mal schauen, ob es geht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Interessant Jetzt die Tresore schneller knacken sollen Okay, ich glaube diesmal kann ich mir wirklich nicht angucken, weil es passiert gar nichts, wenn ich auf F1 drücke Ach je, boah Halbe Ewigkeit später Ich habe als Töte bei der Flucht zu fährt, 5 berittene Gesetze, ich gucke Erreiche die Range innerhalb von 1 Minute 55, habe ich halt auch nicht Diese Mission mit mindestens 7 Ich hatte Naja Na gut Egal Oh, warte, da war noch was, kann ich noch mal gucken Ja, scheiß nicht, ne Ne, okay Wow, die Texturen sind ja auch mal wieder Okay, das wäre nicht gut Das wäre nicht gut, dann halt nicht Okay Okay Na, guten Abend, so Wo ist unser Wie geht es hier, John Wie geht es hier, John? Ja Das ist ein bisschen gut Das ist ein bisschen gut, das ist das, das Situation Ich weiß, dass ich Ihnen als boy Ich kann mich nicht mehr, absolut nicht neu Aber ich denke, das ist das easy Aber ich denke, das ist einfach Ich glaube, das ist das einfach Genau Ich glaube, es ist einfach Ich glaube, es ist einfach Ich glaube, es ist einfach Du bist Ich glaube, es ist einfach Was haben wir denn hier jetzt so? Ja, gar nichts. Da hinten oder was? Okay. Da. Dann machen wir das erst mal. Alter. Ich hau ab. Das ist mir schrecklich. Dann bringen wir den Pferden. Dann haben wir Futter. Wie ist mit denen hier hinten? Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Und weg hier. Oh, so auf du. Ja. Mal schauen, was das für eine Mission gleich ist, wenn wir da irgendwann ankommen. Ja. Bei der Sonne steht aber auch schon wieder beschissen. Dann sieht er teilweise schon wieder nichts. Das war's. 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 Okay, hier ist eigentlich eine Brücke. Das war's. 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 Ja, ich bin gespannt, wo der hier hin will. Vor allem sehe ich hier fast den Weg nicht mehr, weil die Texturen nicht mehr laden. Ey. Unglaublich. Kann doch nicht sein. Na, wir sind's ja wieder. Toll. Ja. Eine Brücke. Okay. Ah, der Fotograf ist also eigentlich hier. Oh. 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 Mr. Morgan. How are you? Well, sir. What are you working on? Do you know anything about alligator? Only the basics. Avoid them wherever possible. Well, did you know that in the last 50 years, we've killed 90%. You say that like it makes you sad. They're beautiful creatures. Let's see how you speak when one of them's got you in a death row. Yes, I will make some creature a very happy lunch one of these days. Let's try and avoid that from happening today. Well, you stay there, you'll get a great shot. Then you'll get eaten. What a way to go. Why don't we take this boat out, and I'll protect you. Come on. Get in the boat. He'll be fine. Well, if you really think that's necessary. You carry on shooting from that bank, you're gonna wish them wolves had eaten you. Really? Yes. The 10% who survived, they're the nasty ones. All right then. Um... Oh, I saw a movement to the north of us. Oh, and to the west. Oh, and to the northwest, there. That's probably where we should look. Let's go look them. When we find one, line me up so I can get the shot. I'll try. Don't get too close. You'll scare them away. Close, but not too close. Got it. Right. Right. There. In the cane rake. That's a likely spot for one. There. In the channel. You see its head? Excellent. Beast in repose. All as calm as the predator lurks. All right, now. Okay. The other spots were north west and north east of here. Last year, they brought 10,000 skins out of the swamps of Lemoyne alone. Well, Gators got some catching up to do there. Cases, trunks, shoes, boots, belts, bibles, even. They'll make anything out of Gator leather that the market desires. All the Gators gonna do with your leather is eat it. Maybe chew on it a while. Quite. It's hardly fair. There's one. Right there. You know, in the season, there are more alligator hunters down here than... than... ...alligators. Ha, 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 ha. Yes. Yes, there. Oh, no, he's gone. Ah! Could you stop the boat just there, off the island? Sure. But we stopped too long. Locals are gonna start getting curious. Just... just there, please. So, so I'm facing the landmass. Right. Now look, there's an alligator back in those palms. Could you... could you run in there and... ...cox him out? Cox him? Please. He's quite something. If I could take that fellow's likeness, it might... ...it might just save him from the taxidermist. Oh, my dress... Oh, my dress... ...boot... ...with... 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 ...so I have a shot of the island. So, and now? What if you miss... ...the deserts' ...that it might change? mma cape Step 1. Step 3 street? Step 5 нас Thus... ...Pri서도 2? hier ist doch überhaupt nichts warte mal oder habe ich das wohl jetzt falsch aber eigentlich ist doch so... so müsste jetzt mit dem... dann noch mit dem Hut zum Wasser, oder? ich drehe jetzt einfach nochmal um das war doch falsch da ist er ich weiß nicht was ist hier drin ich weiß nicht was ist hier drin was für ein idiot oh stop, 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 da kommen wir nicht durch wir sind hier und wir zwei Idioten sind in eine 12-foot-schiff nein das ist in den 70s, 80s alle die wirklich großen Gator sind haben sie verabschieden und verabschieden mehr die Schmerzen, ich sage das ist schmerzen es ist nicht schmerzen für diesen Rollen-Fool wer hat seine Arme verabschieden zu seinem Körper es ist sie oder wir besonders mit den großen da sein oder er wird oder wird Das ist nicht so, was du. Der Pferd ist nicht in der Gefahr der Extinction. Ich habe ihn! Er hat ihn! Er hat ihn! Er hat ihn! Er muss ihn! Wir haben ihn in der Mitte seiner Essen. Das ist die Geschichte, wirklich. Natur, in all its gloria. Und die Verwirbelung. Warum stopt wir? Oh, Mann. Mann killers is part of our makeup. Maybe, maybe. But usually we wait until after they're dead. Well, I hope we've changed. Me too. Hm. Ah yes. Doc, you're here. Just pull up to the bank. That should do us. Yes. Diese Bilder, die du hast? Ja. Sie werden nicht gut sein? Ich hoffe, es ist sicher. Aber ich wundere es. Der Begriff ist großartig. Der Hintergrund ist ein Wunderschön. Aber der Agent von Beauty ist ein Talentloser Fool. Obwohl, vielleicht werde ich ein paar Glück machen. Du hast mich schreit? Das ist das, was du mit dir sagenst, Herr Mason. Na, ich bin gut für schreit, wenn nichts anderes. Ich habe es nicht so gesagt. Ich weiß es. still I feel such a fool around you sir don't worry about it I foresaw many an ignominious future for myself but never damsel in distress well good luck mr. Mason thank you into you too sir try and stay out of trouble I shall certainly try was for an idiot was for an idiot Oh Mann. Der Fährt hat sich irgendwo hier hinten hin verzogen. Da steht es. Na, schmeckt das Gras hier. So. Steckbriefe könnten wir auch noch machen, aber wir gehen erstmal da hin. Geh dir! 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 Vielleicht ist das keine Fragezeit. Ne, ist keine Fragezeit. Äh, Moment! Stopp! Stopp! Ich bin nicht ablenken lassen! Ich bin nicht ablenken lassen. Wir gehen jetzt erstmal da hin, wo wir hin wollten. Das kommt man ja nie zu ihr entfassen. So, hier einmal über die Kreuzung. Die Landschaft ist ja schön. Da kann man ja gar nichts gegen sagen. Nur, dass hier teilweise mit den Texturen nervt ein wenig. Aber, naja. Ich kann irgendwie nichts dran ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wow, jetzt sind wir ja ganz, ganz alles weg. Move! Move! Wow! Wow! Das ist schon leicht nervig gerade, aber... So, gut, wir sind fast da. Stopp. Stopp, 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 stopp. Ich würde sagen, wir werden mal den Part für heute hier beenden. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei. Bis dahin und tschau.